Sie sind hier, 12. Dezember 2018, 7.44 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Leon Dreisaitl trifft beim Sieg der Edmonton-Eulers Urheberrecht, Getty Images, Leon Dreisaitl steuert gleich 3 Scorapunkte zum Sieg der Edmonton-Eulers. Derweil setzt sich der Abwärtstrend der Chicago Blackhawks fort. Eishockey-Nationalspieler Leon Dreisaitl hat mit den Edmonton-Eulers die Playoffs in der NHL wieder fest im Visier. Mit einem 6 zu 4 bei den Colorado Avalon schoben sich die Eulers nach dem vierten Sieg im vierten Spiel in Folge auf den ersten Wildcard-Platz in der Western Conference. Dreisaitl schoss ein Tor und steuerte zwei Vorlagen bei ebenfalls auf drei Scorapunkte kam Rhein-Nukend Hopkins, der zwei Treffer und einen Assist verbuchte. Die weiteren Tore schossen Edmontons Kapitän Connor McDavid, Daniel Nürs und Kyle Broziak. Damit haben die Eulers unter dem neuen Trainer Ken Hitchcock 8 von 10 Spielen gewonnen. Blackhawks mit Kahan weiter im Abwärtstrend Colorado zog im zweiten Drittel die Notbremse und wechselte Torhüter Philipp Grubauer für Semyon Valamov ein. Grubauer hielt von acht Schüssen allerdings auch nur fünf. Dominik Kahan und die Chicago Blackhawks befinden sich weiterhin im Abwärtstrend. Beim 3 zu 6 bei den Winnipeg Jets kassierte Chicago bereits die achte Niederlage in Folge und bleibt Liga-Schlusslicht. Kahan erzielte das zwischenzeitliche 2 zu 4. Eine weitere Niederlage musste auch der frühere Bundestrainer Marco Sturm mit den Los Angeles Kings innehmen. Die Kings verloren mit 3 zu 4 nach Verlängerung bei den Buffalo Zappers und haben damit lediglich einen Punkt Vorsprung auf die Blackhawks. Von Sportinformationsdienst tous Ö Ö Ö Ö Bis zum nächsten Mal.